Unsere Mama kocht sehr gern, gibt sich dabei sehr viel Mühe. Nicht mein bloßes Hauptgericht, wie vorher, da gibt's mehr Brühe. Hinterher gibt's fleißig ins Eis oder auch mal einen Brei. Da sind dann noch Schokospreuse und Vanillewein. Vor dem Mittag fragt sie uns, hey Kinder, was wollt ihr denn essen? Unsere Antwort, ihr Gesicht, wird wohl keiner je vergessen. Bommes und Ketchup, Bommes und Ketchup, Papa holt und Mama hat frei. Bommes und Ketchup, Bommes und Ketchup, wenn es geht, ne Cola dabei. Bommes und Ketchup, Bommes und Ketchup, lasst mal heut die Kocherei. Bommes und Ketchup, Bommes und Ketchup, Papa holt und Mama hat frei. Mama schaut so traurig frei, doch dann fing sie an zu lachen. Denn auf einmal fiel ihr ein, sie wüsste da so ein paar Sachen. Alle schauen sich glücklich an, ja das hat's nicht ausgezahlt. Bommes und Ketchup, Bommes und Ketchup, Papa holt und Mama hat frei. Bommes und Ketchup, Bommes und Ketchup, wenn es geht, ne Cola dabei. Bommes und Ketchup, Bommes und Ketchup, lasst mal heut die Kocherei. Bommes und Ketchup, Bommes und Ketchup, Papa holt und Mama hat frei.